Und... Willkommen zurück. Ja, ich nehme ja gerade immer noch an einem Stück auf. Okay, willkommen zurück zu Monzantatry. Nicht Ultimate. Also, wir spielen das alte für die Wii. Warum wir das spielen? Weil ich noch keine Wii U habe. Das werde ich definitiv noch irgendwann ändern. Irgendwann in... keine Ahnung. Spätestens, wenn das neue Zelda draußen ist. Und... Ich bin wirklich sehr gespannt und aufgeregt. Und ich weiß nicht, wie ich den Kampf jetzt schaffe, während ich rede und... Okay. Ja, ich bin aufgeregt. Ja, ja, ja. Es ist schöner. Gut. Und ich darf nicht vergessen, dass Monzant zu registrieren. Danke für die Infobild, Liebchen. Okay. Simple Blitzbombe. Was habe ich hier? Faules Fleisch. Oh ja, sehr schön. Äh, Karte. Meine Wege. Das nehme ich auch mit. Ich nehme einfach alles mit. Und nur diese... Äh... Munition nicht. Ich frage mich, ob die Fackel auch bei den Yaggis anschlägt. Äh, Großyaggis meine ich. Wahrscheinlich eher nicht. Das zählt hier schon als großes Monster. Und jetzt werden wir, glaube ich, auch das erste Mal Farbwelle richtig verwenden müssen. Weil die halt... Also große Monster, für die die es noch überhaupt nicht wissen und total neu bei Monster Hunter sind. Zu denen erst mal Respekt. Ihr habt es bis zu einem, ich weiß nicht, vielfältigen Part durchgehalten. Ohne, dass ihr ein großes Monster gesehen habt und überhaupt so gesehen habt, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Es geht darum, sehr große, also teils sehr große Monster zu jagen. Und diese Monster jagen wir wirklich manchmal über die komplette Map. Okay, meistens über Teile der Map, aber... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Komisch, der ist direkt ganz vorbeigelaufen. Hm. Egal. Wir jagen diese Monster halt wirklich über die komplette Map. Normaler Monster regenerieren sich. Sobald wir wieder die Map verlassen haben. Das haben wir eigentlich schon in der letzten oder vorletzten Folge bei diesem Yaggia gesehen. Der hätte eigentlich schon mit einem Schlag sterben müssen. Ganz ehrlich. Das ist... Naja. Ah, und er hat uns schon gesehen. Und, kann ich das jetzt schon zeigen? Nein, noch nicht. Das ist nicht gefährlich genug. Also, was... Ah, doch. Das ist gefährlich genug. Und er läuft wie ein Rugby-Spieler. Das wollte ich doch ganz am Anfang zeigen. Okay. Erstmal Jäger-Notizen. Nein! Dann bist du gerne. Ertrag in die Monsterliste erhalten. Yay! Moment, ich muss... Ah, das nicht. Fahrball. Ah. Da. Fahrball. Schluck's. Nein. Hopp. Ah, also tut mir leid, wenn ich jetzt etwas stiller werde. Aber ich muss mich konzentrieren. Knapp ausgewichen. Ah, und jetzt macht er seine Schwanzschlag-Attacke. Bei diesem Yaki kann man noch relativ wenig kaputt... Also, bei diesem großen Monster kann man noch relativ wenig kaputt machen. Außer halt die Hüschel vorne. Also, diesen... Ah, gleich aus. Das läuft mir am Tag besser, als ich erwartet hatte. Ja, direkter Kopftreffer. Also, man sollte wirklich darauf achten, wohin man zielt. Bei den kleinen Monstern ist es bisher noch nicht so aufgefallen. Aber bei den großen Monstern merkt man wirklich, wenn man... ...Stellen trifft, die sehr empfindlich sind. Zum Beispiel ist beim Großyaki der Kopf, glaube ich, die schwächste Stelle. Zumindest beim Hammer. Ah, ich muss mich heilen. Geht weg, geht weg. Farbball ist drauf. Äh, ich verlasse jetzt erstmal den Scream. Oh Mann. Viel zu große Panikmache. Fünf Erste Hilfe hat sie, nein. Das ist cool. Brauche ich doch gar nicht. So. Zwei dürfen erstmal reichen. Äh, ist normal groß. Und er hat den Scream gewechselt. Ja. Also wie ich gerade eben schon gesagt hatte. Große Monster wechseln auch öfters mal den Scream. Können aber in vielen Fällen Begleiter rufen, sage ich mal. Begleiter in einem Großyaki-Fall sind halt... ...Yagis und... ...bei Yagiyas bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Naja. Jedes Monster hat er... Oh ja. Oh Moment, 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 Moment. Es ist geschwächt. Es ist hungrig. Es hat keine Ausdauer mehr. Also immer wenn diese... ...wenn die... ...so komisches Zeug anzeigen, dann kann man ein Fleisch legen. Und manchmal futtern die das dann auch. Und je nach Wirkung des Fleisches... ...kann es halt dazu kommen, dass die... ...ähm... ...halt bestimmte... ...Nebeneffekte bekommen. Beim Faunfleisch war es, glaube ich, Betäubung. Das war nichts. Das war nichts. Hau ab. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Und der zieht uns einfach mal locker das Dreifache ab. Komm schon, du bist geschwächt. Futter jetzt endlich dieses scheiß faule Fleisch. Ja, sehr schön. Futter ist. Und er ist paralysiert. Ja, sehr schön. Und weil er betäubt ist, hält die Betäubung... Also, ne, weil die Ausdauer leer war, hält die Betäubung noch etwas länger. Jetzt muss ich wirklich zusehen, dass ich länger ausweiche. Oder öfter so ausweiche. Aha, bleib weg. Aber ich hab mir überhaupt nicht aufgeschrieben, wann ich jetzt diese Aufnahme gestartet hab. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es schnell genug gehen wird. Komm schon, reif an. Also, man sollte wirklich immer drauf achten, wann man Tränke schluckt. Weil es wirklich manchmal überlebenswichtig ist in diesem Spiel. Man sollte halt immer erst bei diesem Großjahr gehen. Immer darauf warten, dass er eine Attacke anfängt auszuführen. Wie zum Beispiel so eine Attacke. Und dann kann man einfach mal kurz dran vorbeilaufen, damit er sich umdrehen muss. Also möglichst viel Zeit gewinnen. Und dann kann man seine Attacke ausführen. Und hier hab ich zu wenig aufgepasst. Aber wir sind relativ gut ausgegangen. Und einmal fang auf den Kopf. Uah, abhauen. Uah. So, jetzt lass mich in Ruhe. Ja, er ruft jetzt mehr Kameraden, weil... So. So. Und wieder fast volle Energie. Und unser Kostor hat abgenommen. Egal, das macht dein Bruchschwert nicht wirklich viel aus. Jetzt komm, greif an. Ja, komm. Nein. Oh. Er wollte mich hauen. Ihr habt's gesehen, oder? Ja, dreh dich um. Und ich renn voll rein. Also, wie man gerade gesehen hat, er hat gerade seinen eigenen Volksmann weggeschlagen. Das kann passieren. Also, er kann seinen eigenen Volksmann auch Schaden machen. Sprich, große Monster und... Monster. Große Monster unter sich könnten sich auch theoretisch gegenseitig töten. Das passiert sogar manchmal. Meistens bei den Fangquests. Puh, das war knapp. Eiei, 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 jetzt. Ja, das war schön. Ja, sehr schön. Und er rumpelt schon. Wow. Boah. Das ist gut. Ich halte gut. Oh, der hat was verloren. Habt ihr dieses Geräusch gehört? Ja, da ist es. Da, da ist was. Komm. Sammel. Ja, geh schuppe. Na gut. Passt. Ich farm nur mal kurz die Eisenerze ab, weil ich's kann. Ja. So, jetzt sollte man aber drauf achten, was man macht. Weil, wenn Monster humpeln, humpeln sie meistens zu ihrem Nest zurück. Und da können sie sich leider Gottes heilen. Das ist schlecht. Also, normalerweise ist da heilen natürlich gut. Aber wenn sie Monster heilen, hm. Die können sich natürlich nicht komplett wieder aufheilen. Zumindest hab ich das noch nie miterlebt, weil, naja. Wäre ein bisschen dämlich, wenn dann nimmt man ja ziemlich viel Zeit für nichts verschwindet. Also, mit Schaden machen und Zeug und so. Da wäre man quasi die ganze Zeit nur beim Farm gewesen. Egal. Auf jeden Fall sehen wir, dieser Punkt, der den Yagi anzeigt, Großyagi anzeigt, bewegt sich nicht. Und wir sehen, er schläft. Also, was machen wir? Nein! Ich wollte den Aufladeschlag machen, während er schläft. Das wäre im Grunde auch immer die richtige Antwort. Ah! Ah, weich aus, weich aus! Das war knapp. So, Waffenstärke ist gesunken. Fuck. Tau mir leid. Äh, äh. Ich hatte doch zwei von diesem Frauenfleisch. So, da. Ach, scheiße, er ist... Äh, 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 ach, Mann! Das läuft gerade alles nicht nach Plan. Äh, ich verstecke mich in den Felsen. Dadurch gewinnt man zwar nicht sehr viel Zeit, aber vielleicht reicht es zum Waffelschärfen. Ja, anscheinend. Oh, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Und wir haben auch einen Zippen. What the fuck! So, lauf! Ah! Schneller, schneller, schneller! Also, ich regeneriere mich gerade einfach nur, aber so gut es geht. Und jetzt ist er geblendet. Das ist sehr nice. Ah. Kleinere Monster machen dann erstmal gar nichts. Und die ersten Mobs machen auch noch nichts. Allerdings später Rathia und die Größeren, sag ich mal. Die haben dann alle so die Angewohnheit, dass sie dann... Naja, sie können zwar nichts sehen, aber sie machen halt Attacken irgendwo hin. Das heißt, sie drehen sich einfach mal so grundlos. auch wenn sie nicht wirklich wissen, wo der Spieler ist. Aber sie machen es halt einfach. Also, da aufpassen. Dann, Yaki kann man da auch einfach draufhauen. Und ich sollte mich langsam wirklich heilen. Äh. Ja, lass mich. Ich geh ja schon. Und er verfolgt mich. Nein. Geh weg. Geh weg, ich mag dich nicht. Okay. Ich hab noch eine Ration. Hau ich mir grad mal rein. Und, äh. Ach komm, das lohnt sich nicht. Der legt sich gleich sowieso wieder schlafen. Und der rumpelt schon rüber. Solange der wieder sich bewegt auf der Karte. Der wird auch jetzt erstmal mit Weile weiterschlafen. Denke ich. Und. Wir gehen jetzt erstmal. Zum Lager. Wir könnten theoretisch schon in dem Kurs abgeben, aber nein. 15 Minuten. Ja, ich denke der Part bekommt dezent. Die Überlänge. Obwohl, der dürfte vielleicht doch gleich tot sein. Dann bin ich vielleicht doch wieder im Rahmen. Ich geb mein Bestes. So. Ich schaff das schon. Irgendwie. Drück mir die Daumen. Den Großjahr gehen innerhalb von 20 Minuten am Anfang töten. Innerhalb von 15. Eine Minute 20 hab ich noch. Ich schaff das. Ah. Los, komm. Jetzt. Mach. Lauf. Elvis. Tu was. Ja. Und. Hau drauf. Das war schön. Ah, Mann. Habe ich das mal schaffe? Und ich sollte vielleicht wieder ein bisschen abhauen. Zu viel Schaden genommen. Nein. Geh weg. Geh weg. Ah, jetzt. Ah, jetzt. So. Und jetzt frisst das faule Fleisch. Frisst es. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade immer auf die Knöpfe komme für die Kamerasteuerung. Ah, ich bin gleich tot. Die Muslin. Moment. Ich gehe schon. Megatrank. Freien Pfeifen. Ah, weich aus. Adrenalin. Was, ich habe nicht vor, auf den Sinn, Let's Play zu sterben. Nein. Wuh, keine Ahnung. Komm, friss endlich das Fleisch. Friss das Fleisch. Eieiei. Das könnte noch dauern. So, Fackel an. Und jetzt. Sammeln. Nein, der Farbball ist ab. Nein, 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 nein. Okay, er könnte jetzt entweder auf 5, 7 oder 3 sein. Ah, scheiße. Oh, Mist. Nicht drauf geachtet. Also, die Farbbälle verschwinden immer so nach etwa 10 Minuten. Ich meine, ich war's. Darauf sollte man vielleicht auch noch achten. Ah, das ist jetzt doof. Tut mir leid. Ah, jetzt muss ich den suchen. Hoffentlich ist er hier. Nein. Oh, da könnte er auch auf 2 sein. Ach, ich mache jetzt einfach eine Runde und hoffe, dass ich den finde. Psychoseiron wäre jetzt nicht schlecht. Nein, hier ist er nicht. Mist. Das war nicht eingeplant. Ich glaube, das werden jetzt 2 Parts mit Überlänge. Also, ich habe das nicht vor, jetzt in 2 Parts zu schneiden. Und wenn ich es getan habe, dann ist es wirklich sehr lang. Lasst mich in Ruhe. Ich will hier durch. Er ist jetzt echt doof gelaufen. Wahrscheinlich hat er jetzt sich zu 7 begeben und dann direkt wieder zurück zu 6. Ja, da sind die 2 Yuggies, die ihn immer begleiten und er ist wahrscheinlich jetzt zurück zum Netz. Und wenn wir jetzt da sind, schläft er gerade oder begibt sich gerade dahin. Yep. War klar. Oh Gott. Oh Gott, ich muss mich wieder heilen. Ahaha. Okay, jetzt wirklich. Lauf, 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 lauf. Ich werde einfach die andere Richtung gehen sollen. So. Nein, 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 nein. Also manchmal sind die kleinen Monster wirklich hilfreich. Weil sie einen davon abhalten, diese Truck-Pose noch länger aufrechtzuerhalten. Weil sie einen schlagen. Nein! Oh, fuck, 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 fuck. Uh, 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 uh. Ah, schlecht, schlecht, schlecht. Uh, hehehe. Perfekt ausgewichen. Wow, knapp. Na, ich springe ihm direkt ins Maul. Na, ha, 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 nein. Wie lange braucht der denn noch? Der hat doch schon gerade gehummelt. Der hat zwar zweimal schon beim Nest. Geht, geht doch. Innerhalb von... 20 Minuten, 19. Also wird der Part etwa 24 Minuten lang, würde ich sagen. Mit dem ganzen Zeug ausräumen und so. Großjaggiklaue. Oh, perfekt, die brauche ich doch. Da brauche ich vier von, oder? Ja, vier von. Komm schon, mehr. Großjaggihaut. Oh, schade. Was gab's denn so in uns? Betäube den Großjaggih. Hab ich das nicht? Schade. Na gut, 1000 plus 300. Na gut. Das hat sich doch gelohnt. Na gut, da war ich noch ein bisschen. Ich hatte mal eine Fab... äh, Fackel echoen können. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt noch hätte die Knochen sammeln, hätte wollen. Ja. Egal. So. Was sehen wir hier? Wir sehen einen Kreischer, noch einen Kreischer, noch eine Jaggihaut. Großjaggihaut. Oh, das ist schön. Äh, das ist auch toll. Ich hätte aber gern noch mehr... ...Klauen. Jetzt habe ich insgesamt zwei Stück davon. Ich hätte gern mehr. Ach, ja. Joa. Was nun? Ich denke... ...das war's dann... ...für heute. Ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Ich habe genug gezockt. Es sind wieder vier Parts geworden. Oder fünf. Ich bin mir grad nicht sicher. Und ich habe die Flotte nicht in Sand. Ist mir grad auch so aufgefallen. Geh weg mit dir. Julio hat was für uns. Oder auch nicht. Ach so, er hat uns jetzt gesagt, dass Großjaggis auftauchen können. Ja, das ist schön. Ähm. Joa. Rohstoffrunk, da haben wir noch genug. Großjaggih haben wir auch gegessen. Was ist denn jetzt schon wieder? Julio. Chefhammer hat wieder irgendwas. Ja, was denn? Jetzt. Lass mich. Ich will mit dir reden. Dörfler bitten, schön. Äh. Rohstoffrunk. Drei hundert. Hm. Ja. Es könnte dauern. Hm. Mach ich das jetzt noch? Ich denke, ich habe jetzt erstmal wieder genug aufgenommen. Aber ich würde jetzt gern noch ein ganz klein wenig machen. Ach ja, hier sehen wir auch das robuste Großschwert. Das könnten wir uns auch direkt herstellen. Kostet allerdings zwei mehr Großjaggiklauen. Und jetzt können wir das Schmetterschwert machen. Ha. Soll ich? Hm. Hm. Nein. Nein. Erstmal nicht. Aber das... Jägermesser könnten wir uns erstmal verbessern. Hm. Ich will Hammer. Also könnt mir gerne sagen, wenn ihr lieber die Hammer-Action sehen wollt und wie ich auf Mods einknüppeln mit dem Teil, dann einfach in die Kommentare schreiben und ich werde mich auf jeden Fall direkt nach euch richten. Oh, das ist praktisch. Hätte ich gerade eben auch noch machen können. Hm. Warum habe ich es nicht? Egal. Äh. Auf jeden Fall erstmal speichern. Fortschritt gespeichert. Ich hoffe, die Aufnahme ist was geworden. Ansonsten habe ich jetzt ein Problem. Kann ich das irgendwie einsehen? Naja. Ich denke, ich stoppe jetzt auf jeden Fall erstmal die Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.